Ich möchte euch alle herzlich begrüssen, alle Medienmitarbeiter, alle Freunde zur Pressekonferenz von Herd. Kommen Sie hinein, Kommen Sie hinein, hey, how's it going? Hatte hat sehr viele verschiedene, sehr gute Rennläufer, hat aber auch sehr viele verschiedene gute Extremeskier und diese bringt man zusammen. Und zu diesem Zweck hat die Firma Herd das Konzept Skiers United entwickelt. Was ist hier ein decenter Skier? Er ist ein guter Skier. Ich bin schon auf den Geschmack gekommen, aber Amada einfach so extreme Sache, das ist mich viel zu gefährlich. Was ist hier? Du könntest nicht eine bessere Rennläufer. Es ist ein fantastisches Team. Last Jahr hatten wir ein tolles Jahr und ich denke, das Ziel ist es, was wir gemacht haben. Last Jahr. Even though it's difficult. Because I say that every year, we raise the bar higher and higher and higher. But hopefully we can do that. We'll be right back. 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 We'll be right back.